Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Latsbla-Efacus-Greed-Sundercide. Wir sind wieder da und wir begeben uns jetzt auf zur nächsten Templerjagd, beziehungsweise doch Templerjagd heißt das gute Stück. Wir sind rund 500 Meter, das ist ziemlich weit, aber wir werden uns jetzt eine Kutsche schnappen und was ganz schnell und ganz gediegen hier erledigen. Und zwar indem wir, geh mal runter da, meine Kutsche, weg! So. Wir werden nämlich jetzt uns hier erstmal durchmanövrieren. Mal aus dem Weg, die Herrschaften. Dankeschön. Tschüss! Dann werden wir nämlich über die Brücke fahren. Hi. Genau, wir fahren über diese Brücke, über diese große. Hier ist sie nämlich. Und dann, liebe Freunde, sind wir ruckig zuckig da. Guck mal, wie schnell das geht. Dann haben wir nämlich diesen ersten Teil von West, äh, von Westminster, sag ich schon, von, von der Temse erledigt. Und können dann ohne jegliche Hetze oder was auch immer in die nächste Hauptmission gehen und können dann oben in der anderen Ecke weitermachen. Darum ging's mir nämlich. Weil wir nämlich jetzt gerade sowieso da sind. So, wir springen mal grad hier runter. Hüpf. Tschüss, ihr Pferdchen, macht's gut. Okay. Mach's gut, mach's gut, mach Mut. Äh, können wir da rüber? Ja. Ups. So, jetzt können wir nämlich hier so ein... Wobei, wir können ja erstmal hier hochklettern vielleicht, auf die Eisenbahn rückeln. Und dann geben wir uns erstmal selbst so ein Overview quasi. Darüber, wie es da unten so aussieht. Das ist doch von hier oben eigentlich perfekt. Guck mal. Zack. Den mag er also mal töten. Eines der Ziele von einem Polizisten töten lassen. Hä? Wie soll das gehen? Hä? Wie kann man denn jemanden von einem Polizisten töten lassen? Das raffe ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht. Wie das gehen soll. Hä? Wo ist er denn jetzt? Da hinten ist er. Okay, wir gucken mal gerade, wo läuft er denn jetzt lang? Also, wir könnten uns da unten den Typen schon mal holen. Das ist gar kein Problem. Wir gehen erstmal... ...hier ins Wasser. So, pass auf. Dann schwimmen wir mal. Wenn wir jetzt hier so lang streifen, sieht er uns? Nee. Wobei doch, komm doch rüber. Huch. Was ist hier passiert, Mensch? Schwein, du. Was ist passiert? Die sind alle tot. Hä? Oh nein. Scheiße, Kopf. Nein. Nee, müssen sie nicht. Warum will die denn dauernd auf diese scheiß Ecke da hoch? Hör doch auf mit dem Kackmann. Okay. Jetzt warten wir einfach, bis der eine Typ wieder hier zurückkommt. Dann gehen wir hoch, rennen da hin und töten den Wacker da hinten. Guck mal, wie die dicke Uschi da guckt. Ey, was ist das von mir, Mann? Guck mal, ich nicht so an, Speckwurst. Ich hab nichts zu essen. Ah, weiß man nicht. Hä? Wie denn? Bist du dir da sicher, Freundchen? Bist du dir da sicher? Was machst du denn? Das wirst du nicht! Du bist so gefährlich, Mann. Oh nein. Was bist du denn von mir, Mann? Schubs ihn! Schubs ihn! Schubs ihn! Tschüss. Aua! Schwein. Und jetzt? Komm doch her! Wie er halt einfach echt nix macht, weißt du? Mann, das scheiß Bulle. Was? Das reicht jetzt aber mal. Sommer, alles reicht! Verkackter Scheiß-Cop, ey. Spring doch ins Wasser! Was? Alter, diese Steuerung, ne? Diese Steuerung! Boah. Die Cops, Alter, wie gehen die denn ab? Sollen wir hier in Amerika, oder was? Gleich mal an das Tod prügeln, was nur geht. Na komm, 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 alles gut. Oh, doch nicht. Oh, blöd gelaufen, oder? Ich weiß nicht, ob es so gut ist, da hoch zu gehen. Aber wir schauen mal. Jetzt könnten wir uns nämlich die Alte da umholen. Komm, wir holen sie uns. Scheiß drauf. Jetzt den scheiß Kopf. Ja, schlag ihn halt wieder tot. Was ist das denn, ihr Naht? Na, was bist du? Hab dich nicht verstanden. Ach, du bist tot, hast du gesagt. Na. So, lass uns den mal schnell plündern. Das klappt ja wieder super heute hier. Ach, guck mal, da drüben. Ist doch der, den wir holen sollen, ne? Ups. Ja, das wird jetzt scheiß... Cops hat nicht so wirklich geklappt. Okay. Ja, bleib halt weiter hängen. Alter, die Steuerung kotzt mich heute derbst an. Ich weiß nicht, ob es an mir heute liegt, aber... Es klappt heute nie das, was ich versuche. Und die Alte macht, was sie will. Naja. So. Jetzt mal raus aus dem... Was macht die denn? Also, das mit den Polizisten habe ich nicht so ganz gerafft, wie das funktionieren soll. Aber kann man Cops bestechen, geht das? Ich wüsste zumindest nicht, wie. Wir haben das optionale Ziel zwar nicht geschafft, aber scheiß drauf. Schmerz auch egal. Also, ich wollte eigentlich jetzt als nächstes hier dieser nächste Hauptpersoner machen. Zum Aussichtspunkt können wir gerade nicht. Warum auch immer. Lass es uns versuchen, bitte. Mit Nond. Ah, geht doch. Oh, rad. Oh, rad. Damn. Ach, das brachte ihm genug Geld für zwei Mahlzeiten am Tag und ein Feuer an Sonntagen ein. Ah. Das war der letzte Satz, den ich letztens nicht mehr lesen konnte. Und so fügt es sich. Naja. Wenn ich gerne in Sichtkontakt ziehe, ah gut, das kennen wir ja schon. We already know about that. Na komm schon. Perfekt. Alles klar, wir gehen jetzt zur nächsten Hauptmission, der heißt Nachrichtenkontakt... Ne, Nachrichtenticker, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen jedenfalls zu diesem B dort vorne. Weg. War nicht so weit weg vom Aussichtspunkt. Und dann geht's endlich weiter. Mit ein bisschen Hauptmission. Hierbei ist erstens die Syndicate, dass wir, wie ich finde, schon sehr gut gespielt haben bis hierhin, also... Halt, da liegt irgendwas. Was ist das? Hä? Eine Spieluhr. Geil, wir haben eine Spieluhr gefunden. Cool, was ist das? Londoner Geheimnisse, ach so. Okay. Ja, cool. Keine Ahnung, ob man damit was anfangen kann, ob man damit was machen kann, ich weiß es nicht. Wir nehmen es einfach mal mit. Wir wären ja blöd, wenn nicht. Hab nix. Nachrichtenticker, Jacob und Evie besuchen Alexander Graham Bell und erfahren von einer neuen Erinnerung. Na, lass mal reinziehen hier. Ah, Jacob. Äh, Miss, äh, Frye? Schön, Sie zu sehen. Oh, kennen Sie Starrix neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Dann entschlagnahmen wir Sie. Oh, äh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an Ihre Armschienen an. Alec, Sie sind ein Genie. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, Sie könnten sich nicht mehr übertreffen. Hallo, zynogene Bolzen. Können auf Gegner geschossen werden, damit diese ihre eigenen Verbündungen angreifen? Also, sie sind quasi wie die Berserker-Pfeile. Aus den vorherigen Teilen immer. Wie ja immer die Eevee an Himmels... Oh. One day I'm gonna fuck you. Was? Naja, ihr wisst, was ich meine. Cool, die lassen sich echt gut steuern hier, diese Kutschen. Jetzt müssen wir die verschollene oder vermisste oder was auch immer die Crew aufspüren. Hier in South Park, wo wir schon alles mittlerweile erfolgreich eingenommen haben. Leider wird unsere Charakteren gerade nicht mehr unten auf der Karte angezeigt. Das heißt, ich weiß auch nicht... Ah, jetzt sind wir im Sperrgebiet, das ist klar. Nehmen Sie mal, sieh zu, dass ihr für die richtigen Leute arbeitet. Ihr trottet keine Sorge. Wir werden eure Kabel schon abliefern. Okay. Sie haben bloß einen neuen Empfänger. Halluzinogene Pfeile. Ihr probiert's mal. Hey, das hat ja echt super geil funktioniert. Nämlich überhaupt nicht. Jetzt geben sie sich selber. Toll, jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Das ist natürlich super. Hä? Warum... Hä? Ja, geil. Okay, der ist scheinbar auch tot, aber irgendwie doch nicht. Ich weiß es nicht. Okay, wir sollen ein Kabel aus Kisten plündern. Das Ding ist, es ist echt scheiße, dass wir uns gerade selbst da unten nicht mehr sehen. Halluzinogene Bolzen. Ach, geil. Ich spreche das Wort komplett falsch aus. Ich weiß, das ist aber genauso wie das Wort loyal. Es gibt so zwei, drei Wörter, wo ich einfach extreme Probleme habe. Die ich auch einfach nicht ausgesprochen bekomme. Halluzinogene Bolzen. Oder so. Hm, keine Ahnung. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Okay. Yeah. Aua. Ihr seid beide keine Feinde für mich. Und du sowieso nicht. Ach, du bist schon tot. Okay. Sehr nice. Schlaf gut. Okay, wir müssen die Kisten irgendwie noch plündern. Da vorne die Typen. Alles easy ben easy. Alles easy ben easy. So. Zack. Öffnen die Kiste. Und da sind wieder neue Bolzen drin. Geil. Wenn das alles so reibungslos immer funktionieren geht. Nein. Pam. So, jetzt machen die sich nämlich erst mal gegenseitig fertig. Es ist so verwirrend, dass wir nicht sehen, wo wir gerade auf der Karte sind. Siehst du die zwei Toten da? Ah, okay. Boah, geile Kombo gerade. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Man. Sehr gut. Einfach mal die halbe Meute ausgerüben. Meutet. So, hier soll irgendwo eine Kiste stehen. So, hier sind bestimmt noch ein paar Pfeile drin. Sauber. Also Bolzen sind ja Bolzen. Das sind keine Pfeile, Tobias. Ach, da vorne ist auch noch so eine scheiß Kiste. Warte mal. Haben wir doch gerade vorhin aufgeräumt. Sag mal. Ey. Gab es ein Patch für Assassin's Creed Syndicate? Das ist nämlich auf einmal alles verbuggt, was die Steuerung betrifft. Das ist echt mies. Die macht teilweise echt, was sie will. Was ist denn die scheiß Kiste? Ach, da unten. Okay. Hier müssen wir diese komischen Kabel suchen. Ah, ja. Erinnerungsgegenstand erhalten. Sehr nice. So. Nur bei Tschuteln, Eckstil. Ach, wir müssen auch noch die Kabel aufspüren. Dann ist klar. Sonst nix mehr. Und ab ins Feuer damit. Zack. Okay, jetzt holen die sich gegenseitig da weg. Ach, die ist schon kaputt. Okay. So, auf mit der Kiste. So. Mein Gott. Okay. Was machst du denn jetzt? Lass den doch liegen. Okay, wobei, können wir den auf den Grill schmeißen? Nö, geht leider nicht. Okay. Alles klar. Wir brauchen noch eine Kiste. Irgendwo. Ah, okay. Da hinten. Ach, da waren wir doch vorhin schon. Ja, hier ist doch... Ach, komm. Nicht verstecke. Mach das Kiste auf. Oh. Sehr nice. Geschafft. Was? Niemals. Das wird nie geschehen. Cool, wir laufen schneller, wie das Schiff fährt. Ist auch krass. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ach, komm, Mädchen. Es dauert viel zu lange, was die da macht. Muss schneller gehen. So, jetzt müssen wir bis zum Ende laufen. Lauf doch, Mann. Alter. Boah. Zack. Und zack. Der kriegt gar nichts mit, der Typ. Scheiße. Der Typ müsst dabei sich ja äußerst interessant finden. Ja, bleibt noch ein bisschen drin stehen. Boah. zu Bells Werkstatt zurückkehren. Okay. Was ist mit uns los, Mann? Hui. Das feiere ich immer noch hart. Was ist da los? Hallo? Vor allem, wie easy, dass sie halt auch gesagt hat. Wie easy, dass sie das auch gesagt hat. So, ne? Oh, Gift. Ja, cool. Geile Sache. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Kann man mal machen machen machen. So. So, wir schnappen uns jetzt schon eine Kutsche. Wo ist die Kutsche? Ich brauche eine Kutsche. Hey, hey, hey. Eine Einarmkutsche. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Entschuldigung. Weg. Ich habe dringende Neuigkeiten für meine Stabelle, wa? Wir müssen sie ihm überliefern. Jan-Josef liefern. Oh, der Arme. Das ist gar nicht wie ein Geschieding. So eine Ehre einfach. Okay. Hallo? Da ist Mr. Beck. Tschüss. Vorsichtig, Mr. Barr. Jedes lohnende Unterfangen ist voller Gefahren, meine lieben Freunde. Keines mehr als das Ihre. Doch, sie haben mal wieder triumphiert. Woher wussten Sie das? Wir haben das Zeitalter der Kommunikation erreicht, nicht wahr? Wir erhielten bereits eine Nachricht aus Greenwich, dass die Lieferung sicher angekommen ist. Dank Ihnen beiden. Wissen Sie schon, was noch in der Lieferung war? In der Tat. Ich fürchte, dass Starricks Gift seinen Weg auf den freien Markt gefunden hat. Wenn er glaubt, das würde uns aufhalten, dann irrt er sich. Na, so sieht's aus. Und wir haben alles geschafft. Alle Herausforderungen, alle Nebenziele, alle Bonusziele, alles, was man nur schaffen kann an dieser Mission, haben wir erreicht. Und jetzt haben wir insgesamt acht Fähigkeiten. Und wir haben ein neues Upgrade verfügbar. Und einen neuen Fähigkeitspunkt. Also, wir haben schon einiges zu tun noch in der nächsten Folge. Ich hab ehrlich gesagt, das machen wir diese Folge. Aber, ganz ehrlich, ich wollte nochmal unbedingt eine Hauptmission jetzt machen. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit Ausrüstung checken bei beiden, Fähigkeiten checken bei beiden. Und dann machen wir noch wahrscheinlich ein bisschen Tänse, Zurückeroberung oder whatever. Wir schauen einfach mal, wie es wieder weitergeht mit Assassin's Creed Syndicate. Bis dahin. Ja, eine weitere Folge zu Ende von Assassin's Creed Syndicate. Und wir haben heute ein bisschen erfahren, dass der gute Steric nicht nur seine komischen Chemikalien und whatever alles auf dem Schiffchen transportiert. Nein, er hat auch Gift transportiert. Und wir haben die... Die Hallu... Ich nehm's jetzt auch mal Hallu-Wolzen kennengelernt. Da können wir ziemlich viel Spaß und ziemlich viele coole Sachen anstellen, wenn wir die ins Feuer schießen. Also, das ist schon ganz cool. Naja, mal sehen, wie die Werkzeuge einsetzen werden in der nächsten Folge von Assassin's Creed Syndicate. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.